Für mich steht das Meisterschild und das Meisterzeichen auch für Qualität und Sicherheit und Transparenz. Das heißt, dass der Kunde auch bestimmte Leistungen erwarten kann, sollte es mal wieder erwarten, zu einem Streitfall kommen. Jeder Kunde, der unsere Werkstattaufträge oder der einen Gebrauchtwagen kauft, kann sich an die Schiedsstelle wenden, die paritätisch besetzt ist von einem Vorjuristen, von einem Sachverständigen und Vertretern der Automobilclubs, der ADAC und den Innungen und die dann über diese streitliche Angelegenheit befinden.